Freitag, ein Konzert mit einer bekannten Band. Die Prinzen! 17. Thüringen-Tag am 28. Juni 2019. Die Prinzen kommen vorbei. Wir haben es endlich geschafft. Das erste Mal. In unserem ganzen Leben sind wir zum ersten Mal auf dem Thüringen-Tag. Wir freuen uns auf Klöße, Würste und... Thüringer und vor allem Thüringerinnen. Genau. Thüringerinnen und Thüringer außen. Ja, Thüringen, eine olympische Disziplin. Am Samstag dann zur Fortsetzung des Festivals mit drei Künstlern. Tom Gregory und wir freuen uns auf Stefanie Heismann. Meine Lieben, am 29. Juni 2019 ist es soweit. Da komme ich nämlich mit meiner Band vorbei zum Thüringen-Tag in Sömmerda. Ich würde mich riesig freuen, euch zu sehen und ich zähle auf euch. Also kommt vorbei und ich schicke euch bis dahin liebe Grüße und küsse, eure Steffi. Heismann. Nämlich, wir reden über Kaisa Kandela. Jo, was geht ab? Wir sind Kaisa Kandela. Und wir wissen jetzt schon, was wir nächsten Sommer machen. Und zwar im Juni am 29. sind wir in Thüringen. Beim Thüringen-Tag in Sömmerda. Kommt vorbei, wird auf jeden Fall eine dicke, dicke, fette Party. Peace. Peace. Peace.